We have family, das ist unser Filosophie. We have family, ganz doll zusammen wie wir lieben. So, herzlich willkommen, liebes Volk. Ihr habt jetzt die einzigartige Möglichkeit, die Local Heroes, sprich Babybubble und mich, geht sogar an der Leo, hier zu bejubeln. Mehr Local Heroes gibt's in München nicht, weil wir sind ja eigentlich im Kuhdorf. Wer ist neu, wer ist als Tourist hier angereizt für CSD? Jetzt mal die Pratzerfrau. Na, der schwule Radieserl. Sehr schön. Also für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Chantal G. Punkt. Und das ist gut so. Oh ja, Marlene Dietrich, schau mal, sehr schön. Schau mal an. Kommt, die kriegt auch immer einen Applaus. Die hat sich extra aus dem Grab gewunden. Mal toll. Jeder Stein am Ball schlafen, oder? Wie die glitzert. Servus. So, und ja, ich hab mir jetzt wirklich überlegt, meine Güte, ich bin ja total aufgeregt. Was könnte ich denn jetzt... Du bist wirklich durch und durch und durch. Du bist wirklich durch und durch und durch ein Mann. Du bist wirklich durch und durch. Du bist wirklich durch und durch und durch und durch. Es trägt doch alles erwartet, in der vorigen Grenze startet. Das Glas weg und fregst nie, was toll, was los? Ja, gibt es auch mit uns. Und irgendwann an diesem Tag, dann gib ich's nicht, was wir sagen. Gibt es auch mit uns? 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 Nein! Ich hab's gebraucht, mein Mann. Die Kerne mit mir schocken, warum nicht? Und ich ist wendlich in der Selbstgeklag für dich. Ich komm raus aus der Kabine, wo du sagst, wo ganz die Bienen? Du Sabine, bis wir bitte noch mal los. Heute holt es hier los. Heute gewandt auf diesem Tag, hat ich mich selber auf mein Sach. Gibt es auch mit uns? 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 Und dann kam dieser eine Tag, weil ich mich ausgesprochen hab, es war im Haushalts wahren Fackgeschäft. Der Verkäufer sagte, das ist echt ein schönes Messer für jeden denkbarzweck. Ich sagte, es ist echt perfekt, aber... Gibt das Auge groß? Gibt das Auge schade? Gibt das Auge, ist es leilsam und keine Spaß? Gibt das Auge groß? Gibt das Auge klein? Gibt das Auge groß? 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 Gibt das Auge groß Ich bin ein Mann, der ich lieb' mir war. Ich war noch Sülerin und hätte Oberhimm. Berlin stand die Frontier, auch von den Leberinnen. Es gibt uns die Nase, die ich mich noch bete. Und in Jugendherbergsdecken mussten wir uns gestoppen. Ich war so lieb, ja, ich war high. Ich lieb' ist parallel, doch blieb' ich soll körperchen. Ich bin ein Mann, der stamm' neur indust Rotorимся. Und in Jugendherbergsdecken mussten wir uns gestoppen. Berlin stand die Frontier, auch von тем Sportletzsdecken. Berlin stand die Frontier. Der Kalier gehört. Berlin stand die Wherever untertitelt. Berlin stand die Frontier. Mein Vater, der skittert Höller. Die Frauen lieben das Musik. Das war eine heiße Show, denn ich lieb' mir Frau. Das war eine heiße Show, denn ich lieb' mir Frau. Das war eine vierte Show, denn ich lieb' mir Frau. Die Frauen lieben die Frauen, die Frauen lieben die Frauen. Das war eine heiße Show, denn ich lieb' mir Frau. Das war eine heiße Show. Die Frauen lieben die Frauen lieben die Frauen. Das war eine heiße Show, denn ich lieb' mir Frau. Das war eine heiße Show, denn ich lieb' mir Frau. Das war eine heiße Show, denn ich lieb' mir Frau. Das war eine heiße Show, denn ich lieb' mir Frau. Das war eine heiße Show, denn ich lieb' mir Frau. Das war eine heiße Show, denn ich lieb' mir Frau. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Ich wünsche euch noch ein paar Tschüssi. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Ich wünsche euch noch ein paar Tschüssi. Wir haben die Deutschen, wir sind hier und wir haben die Wir haben die Deutschen, wir sind hier und wir haben die Sie haben die Deutschen, wir haben die Deutschen, wir haben die Deutschen Und wir sind eine Familie, der Sohoi-Hindis von Kinesis und Himmler, Jamie Family! Wir gehen natürlich in jedem Fall total weiter. Wir haben natürlich hier noch eine, eine nicht eine. Und ihr werdet jetzt bloß den Nubel hören, auch Grüße an und sagen, dass wir dieses Mal haben. Wir gehen natürlich in jedem Fall. Wir sind die Familie, der Sistente der Philosophie. Grüße an! Wir sind die Familie, das sind die Familie. Wir sind die Familie, das ist in die Philosophie. Wir sind die Familie, das ist in die Familie. Okay, meine Lieben, wenn Sie es noch lange informieren, haben wir erst begonnen. Lass uns bei den Rücks Verlage sein. Jetzt haben wir noch natürlich den Tom's Razor, machen wir eine kleine Pause. Wann es genau losgeht, weiß keiner von uns. Aber soll ich sagen, wann geht los? Um 17 Uhr geht es los? So spät, da habe ich einen Termin bei meinem Fußdoktor. Okay, das macht nichts, das passiert natürlich noch einen Haufen. Und hier ist Ramona. Danke, Herr Professor. Danke schön, unser Flo. Er hat einen super Auftritt. Wir sagen herzlichen Dankeschön. Es gibt ja dann auch noch etwas mehr zu sehen. Mach, komm mal her, mein Fußdoktor. Danke, Applaus an die Presse. Kommt ihr hier zum Leistung, die Jungs. Absolut. Okay, ja, ich kann dir schon sagen, wann Spamstraße es ist. Das ist dann um 17 Uhr. Ah, um 17 Uhr. Aber in der Zwischenzeit haben wir hier auf der Bühne natürlich noch ganz, ganz viel Programm. Und dafür wird jetzt auch schon umgebaut. Wir sagen erst mal herzlichen Dankeschön, Babybubble. Liebe Jungs. Und danke, so süße, süße, süße Jappal. Willkommen. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.